Schon zum 71. Mal hat die Stadt Reutlingen, repräsentiert durch Oberbürgermeister Thomas Keck, die sportlichen Leistungen seiner Bürger gewürdigt. Bei der diesjährigen Sportlerehrung im Franz K. waren ganze 261 Medaillen zu vergeben. Jede von ihnen steht für Schweiß, hartes Training und Ehrgeiz. Denn ohne das hätten die aktiven Sportler im vergangenen Jahr keine solch herausragenden Ergebnisse erzielen können. Der Landtagsabgeordnete Manuel Halfinger zeigte sich stolz und würdigte als Vorsitzender des Sportkreises Reutlingen seinerseits das sportliche Engagement der Geehrten.